Wir gucken gleich rein. Wir gehen jetzt erstmal in die Pick-on-Band-Phase hier. Ich würde sagen, ich habe so ein solides 75A. Ja, doch. Aber 95A, ne? 95 ist ja der Umfang. Also würde ich mal hochgehen. A ist es auf jeden Fall. Draven ist gebannt. Respekt-Band. Boah, direkt Lucian eingeloggt. Lucian unglaublich stark. Mit Exorce um den Ignite. Ja, was willst du auch mit Flash? Also im One-on-One bringt dir Flash quasi null. Ja, gar nichts. Also Exorce Ignite ist ja das, was man gesehen hat, für die Leute, die nicht das Farmspiel spielen wollen. Malzaha ist interessant. Bei Malzaha kannst du halt am Anfang mit Dorans Blade bauen. Und dann deinen Silence, also diese, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das Cue, Level 1 nehmen. Und dann in der Base decken, solange bist du halt diesen Sapling Spawns mit der nächsten Ability. Und sobald du dann in die Lane kommst, sponsst du deinen Sapling und der macht natürlich mit dem AD, wenn du auch noch AD-Runen hast, einiges an Schaden. Hat man gesehen im All-Star, also im International Wildcard All-Star-Turnier. Allerdings hat es nicht funktioniert. Ob es jetzt hier von Knierloaf besser fruchtet, muss man abwarten. Also ich halte Lucian hier für den besseren, unangefochtenen Sieger. Aber wir haben es gerade gesehen, es sind AD-Runen. Das kurz angespoilert, dass er hier mit AD-Runen reingeht. Björksen allerdings, weiß ich nicht, also ich finde halt Caitlyn und Lucian zusammen mit Draven so das überragende Triumvirat im 1 gegen 1. Also Lucian auf jeden Fall. Er ist spelllastig. Also das ist wichtig, dass du eben nicht nur die Auto-Tags hast im 1 gegen 1, weil bei den Auto-Tags kannst du halt wirklich schauen, dass du außerhalb der Reichweite bleibst. Mit Spells hast du einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Das heißt, du brauchst sowieso einen spelllastigen Champ. Das ist Lucian. Du hast einen Dash mit drin, dass du halt auch in den, also dass du die Trades so nehmen kannst, wie du sie möchtest. Hier sehen wir es. Das ist die gute alte AD-Malzaha-1 gegen 1-Strategie. Ich stelle mich in die Base, spamme mein Queue bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt vier Stacks aufgebaut habe oder drei Stacks und gehe dann mit dem vierten Stack, wo ich den Voidling bereit habe, in die Lane. Das klingt in der Theorie richtig gut. In der Praxis hat es bislang noch nicht geklappt. Ja, Clearlove, mein Lieber. Ich mag ja den Skin, den er hier, diesen Weihnachtsschneemann-Skin. Ja. Den mag ich ja sehr gerne. Eventuell. Auch die Ulti von Lucian im Übrigen sehr nützlich, muss man ja mal sagen. Ja. 1 gegen 1. Wobei der ja in 5, 23, glaube ich, nicht die 400% Schaden an Minions gemacht hat. Ich glaube, das wurde erst mit 24 wieder gehotfixed. Also keine Ahnung, ob hier Riot auf Zack ist und das hier ganz aktiviert hat. Aber da haben wir natürlich jetzt den Voidling, der Randale macht mit seinen AD-Attacks. Ja, also wobei, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Man sieht es ja, Bergson hat keinerlei Schaden genommen, hat quasi zusätzliches Gold dadurch bekommen. Und es ist ja kein Aram. Das heißt, du kannst Base gehen. Du kannst Base gehen in dieser Variante. Und damit hat natürlich Bergson quasi einen kleinen CS-Vorteil. Es klingt halt gut in der Theorie, aber es ist es halt nicht. Die Leute haben sich das halt irgendwann mal überlegt, diesen AD-Malzer zu spielen. Aber gegen so ein Lucian hast du einfach keine Schnitte. Der ist halt, der ist jetzt Level 2, spiked der. Auch sofort den Dash und damit 2 Auto-Tags draufbekommen gegen Clearlove. Trade ist halt die Auto-Tags viel besser. Bis Spell lasst sich in Bjergsen, der macht das halt schon gut. Clearlove hat jetzt schon große Probleme und muss aufpassen. Bjergsen den Trade ganz klar gewonnen. Kann jetzt unter den Tower farm. Will natürlich jeden Minion auch wirklich wegnehmen. Und man sieht auch da schon, Clearlove hat da durchaus, ja, 3 Stück verpasst. Man muss ja bei Bjergsen mit einrechnen. Ja, wobei, der hat doch 2 Stück verpasst. Ne, Quatsch. Einen verpasst. Bjergsen hat ja einen mehr durch den Voidling. Nichtsdestotrotz, es ist halt immer wieder ein bisschen was. Vor allem die Lebenspunkte. Lucian ist halt einfach auch ein sehr, sehr souveräner Last-Hitter. Also, du hast halt einen Sack voll Abilities, die ich offensiv nutzen kann. Oder halt zum Last-Hit, um mir die Minions, das Minion-Abräumen zu erleichtern. Lucian bietet einfach viel zu viele Möglichkeiten, um ihn im 1 gegen 1 offen zu lassen. Und Bjergsen ist hier im Tryhard-Mode. Also, der will... Ja, natürlich, der will das Turnier gewinnen. Das ist ja quasi ein Single-Elimination-Bracket, wenn man dann so möchte. Lässt jetzt Clearlove den Farm, einfach um da vorne die Bubble einzusammeln. Was ja auch wichtig für seinen Mann aushalt. Man sieht halt so den direkten Trade. Das Ding ist ja auch, selbst der Silence bringt nicht so viel gegen den AD Carry, der über Auto-Attacks auch noch kommt. Vor allem das Ding ist ja, da gibt es ja so eine alte Weisheit für alle AD-Champions. Wenn ich die Lane verliere, habe ich zu wenig Dorans. Das heißt also, es ist durchaus eine adäquate Möglichkeit, hier einfach Dorans Blades zu stacken als Lucian. Klar, du gehst ja sowieso nicht aufs Late-Game. Ja. Also, was willst du denn da machen? Oh, da ist das Entzünden schon drauf von Clearlove. Bjergsen nutzt es ebenfalls, aber der gewinnt den Trade hier, klar. Und er hat noch das Exhaust. Und die Dash, aber er hat kein Mana mehr. Aber Clearlove halt auch nicht. Ja, jetzt kann Bjergsen... Oh, er kann ihn die Bubble wegnehmen, das ist ganz wichtig. Und das war die Entscheidung. Ja, also ich würde sagen, beide haben hier noch Exhaust. Das heißt, Bjergsen darf hier auf gar keinen Fall in Richtung Tower-Dive denken. Und darin geht es jetzt. Also, was er machen kann, ist jetzt... Ist den Farm hinein. Er kann den Farm bestmöglich hinein. Oder aber quasi ein kostenloses Port wegzubekommen. Er ist jetzt schon über 10 CS vorne. Sehr schön gemacht! Jetzt... Clearlove muss zurück. Noch so ein Dashion, der ist tot. Und da sind die überseitigend, er kann diven. Er kann diven. Wenn Clearlove nicht zurückgeht. Aber Bjergsen hat nicht damit gerechnet, dass Clearlove hier nicht zurückgeht. Er hat nochmal abgebrochen. Und... Er kann das jetzt hier... Also, wenn er wirklich full Tryhardt geht... Boah! Ja, das ist eh... Schau mal, wie es von Items jetzt zurückgeht. Ja, wenn er jetzt full Tryhardt geht, dann wird er jetzt einfach nur versuchen, kein Last-Hit mehr zu verpassen. Also, der Malzer-H mit dem Item-Bild hier, zwei Dorians, einmal Blade, einmal Ring und dann dem Amplifying-Turm, ist nicht in der Lage, irgendwas gegen ihn eins gegen eins auszurichten. Bjergsen muss nicht mehr in die Trace gehen. Bjergsen kann jetzt einfach nur klar runterfarmen. Aber natürlich, Bjergsen... Ein Bjergsen will nicht einfach nur klar runterfarmen. Ein Bjergsen will den Kill. Der will den K.O.-Treffer haben. Der will nicht nur mit der Technik gewinnen. Nein, und das ist ja... Er ist ja in allem vorne. Also, er ist dagegen, der Damage an den Tower bringt, er gewinnt die Trades, er ist über zehn Minions vorne. Er ist im Level sogar jetzt vorne, kurzzeitig zumindest. Kurze XP-Vantage. Ja, und selbst der Level-6-Spike von Melsahar ist jetzt nicht überragend. Also, jetzt kann Lucien zum Beispiel, könnte jetzt Ultimate zünden und könnte ihn einfach wegrasieren, weil er keinen Flash hat. Oh, da geht's erstmal gegen Bjergsen. Und jetzt ist er 6-Horst und er will's! Und er kann es! Ja, er kann's! Das war's! Ja, das war... Das war nicht anders zu erwarten. Also, er hat nicht mal hier sein Ultimate nutzen müssen, dadurch, dass beide noch Exhaust offen hatten. Das ist einfach ein souveräner Auftritt von Lucien gegen einen Nicht-AD-Carry. Also, Melsahar, der hier mit diesem Dänemark... Schau dir an, die Bjergsen-Ultras. Fuck yeah, Dänemark! Ja, das waren die Bjergsen-Ultras, die sind da nochmal steil gegangen. Ja, auch in Amerika vor allem, ne? Also, es sind ja ganz, ganz viele Dänen, sind nach Amerika gezogen wegen TSM, weil die haben ja halb Dänemark in ihrem Roster. Ja, man sieht's halt einfach sehr, sehr schön. Das sind keine Chancen gelassen. Also, Clearlove, der hat keine Schnitte gesehen. Nein, also, es ist derzeit einfach... Gerade in diesem Eins-gegen-eins-Szenario ist es unglaublich schwer, irgendwas gegen Lucien auszurichten. Und, ja, Djergsen ist halt auch ein guter Spieler. Also, der hat diesen Lucien dann auch bis ans Maximum ausgeschöpft. Sehr schön im Übrigen, wie die Leute auch direkt gegoogelt haben, dein Mohawk...